Diese Welt haben bislang nur wenige zu Gesicht bekommen. Eine Welt, die an einen Riff in den Tropen erinnert. Doch die zauberhafte Unterwasserlandschaft befindet sich mitten in Europa, direkt vor den Toren einer Großstadt. Zahlreiche Tierarten haben hier eine neue Heimat gefunden. Nicht nur die Vielfalt an Tieren und Pflanzen ist erstaunlich, sondern auch die Entstehung dieses Naturparadieses. Es war einmal eine Kiesgrube. Ein von Menschen geschaffener See, wie es ihn überall an den Ufern der großen Flüsse gibt. Doch dieser ist etwas Besonderes. Die Natur konnte ihn zurückerobern. Wie ein kleines ökologisches Wunder möglich war, davon erzählt diese Geschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020